So, noch einmal die Zusammenfassung der Bestzeitung des Stadts über der Startplatte. Am heißen Tag eine Minute lang ist. Im Preis eine Minute vier und in der Halle 250 Sekunden. Unter drei Minuten? Gesamtzeit? Die aktuelle Gesamtzeit aus allen drei Faktoren unter drei Minuten momentan. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe schon zwei Minuten beim ersten Rennen gebraucht. Ja, der lässt jetzt sowieso. 20 Sekunden. Ja, 30 Sekunden. Ich glaube, das zweite Finale beim FC den ersten Rennen der Startplatte. Finale! Finale! Wer ist das? Selbst ihr werdet nicht mehr!